Wahljahr 2021, yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich werde diesen Samstag um 21 Uhr den Wahl-O-Mat Sachsen-Anhalt 2021 streamen. Ihr wohnt wahrscheinlich nicht in Sachsen-Anhalt, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr da nicht wohnt, aber ihr könnt ja trotzdem einschalten. Es ist ja auch sicherlich sehr interessant, was denken die Politiker in Sachsen-Anhalt, weil dieses Jahr ist ja auch Bundestagswahl und ein paar Sachen kann man ja auch ein bisschen ummünzen allgemein auf die Bundestagswahl. Das wird sicherlich sehr interessant, ich würde das zusammen mit euch dann am Samstag machen, wie gesagt 21 Uhr, das wäre dann der 15.05.2021 um 21 Uhr. Streicht euch das im Kalender rot ein, da machen wir zusammen den Wahl-O-Mat. Was ist der Wahl-O-Mat? Beim Wahl-O-Mat wird eine These aufgestellt und die Parteien können zustimmen, neutral sein oder nicht zustimmen und dasselbe machen wir quasi auch. Und am Ende kommt ein prozentuales Ergebnis raus, mit welcher Partei wir prozentual am meisten übereinstimmen. Das ist natürlich sehr interessant und man kann natürlich auch sehen, was denken die Parteien denn über die einzelnen Dinge. Zum Beispiel Thema Nummer 1 oder These Nummer 1, es sollen wieder mehr Krankenhäuser in öffentlicher Hand sein. Und was denken die Parteien jetzt über diese Sache und welche Partei denkt so, und das ist ja doch eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. Wir werden dann am Samstag alle Thesen durchgehen, alle 38 Stück. Wir werden sicherlich nicht zu allen eine große Meinung haben, aber wir werden das auf jeden Fall weitestgehend dann im Chat etwas ausdiskutieren. Ich werde dann auf jeden Fall auch darüber reden, über alle 38 Punkte, soweit es mir möglich ist. Und dann auch alles begründen, warum ich zustimme, warum ich neutral bin oder warum ich nicht zustimme. Es ist sicherlich auch sehr interessant für euch, was meine politische Einstellung ist, vielleicht für den einen oder anderen. Auch wenn ihr nicht politisch denkt und denkt, ah, Politik ist langweilig oder so, schaltet trotzdem ein. Es ist sehr wichtig, dieses Jahr bei der Bundestagswahl auf jeden Fall teilzunehmen und sich vielleicht auch im Vorfeld, bis September ist ja noch viel Zeit, sich politisch zu informieren. Im September werden wir dann auch nochmal den Wahl-O-Maten zur Bundestagswahl machen. Und das finde ich schon sehr wichtig. Das nächste und auch sehr wichtige. Wir werden den Chat moderieren. Das heißt, ich möchte wirklich keine Beleidigungen oder irgendwelchen anderen Quatsch da drin lesen. Das wird von mir getimeoutet oder bei schwereren Vergehen, in Anführungszeichen, auch Geperma-Band. Ich möchte wirklich nicht, dass andere Teilnehmer des Livestreams für ihre politische Meinung irgendwie beleidigt werden oder irgendwas. Es sollte ein vernünftiger Umgangston herrschen. Jede Meinung wird akzeptiert, jede Meinung wird akzeptiert, das sage ich an dieser Stelle wirklich. Das ist sehr wichtig, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich möchte auch wissen, warum denkt ihr so? Warum habt ihr diese Meinung? Das ist für mich ja auch sehr wichtig. Ich werde jede Meinung akzeptieren, auch wenn sie mir nicht gefällt. Aber es sollte eine Meinungsäußerung sein und keine Beleidigung. Das ist halt das Entscheidende. Und da müsst ihr auch mal selber drüber nachdenken, die das vielleicht in Zukunft betreffen könnte. Ist das, was ich gerade schreiben möchte, wirklich eine Meinungsäußerung oder versuche ich einfach nur jemanden zu beleidigen? Die meisten werden, denke ich mal, wissen, was eine Meinungsäußerung ist und da wird es, denke ich mal, keine Probleme geben. Zumindest nicht in meiner Community. Gut, ähm, ja, das war's eigentlich soweit. Dann könnt ihr auch noch bei dem Vampires Dorn-Gewinnspiel mitmachen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt oder rechts oben in der Infobox wird das jetzt an dieser Stelle aufploppen. Ähm, da könnt ihr gerne mitmachen. Hinterlasst dort bitte einen Kommentar und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ähm, das Ganze werde ich dann am Montag machen. Ähm, streamen, die Verlosung. Das wäre dann der 17. Mai 2021. Aber dann um 15 Uhr würde ich das Ganze dann, ähm, streamen. Und wir werden ab nächster Woche dann auch wieder ein bisschen was mit RPG-Maker-Zeug machen. Da fängt's dann wieder an, endlich. Endlich, endlich, endlich. Da möchte ich dann auch Vampires Dorn streamen. Vampires Dorn 1 habe ich ja angefangen zu streamen. Und das möchte ich dann auch beenden. Oder nicht beenden, aber weiterspielen. Und dann können wir das Ganze auch mit der Vampires Dorn-Verlosung gleich verknüpfen. Und könnt ihr dann auch einschalten. Also am Montag um 15 Uhr werde ich dann Vampires Dorn weiterspielen. Und am Samstag um 21 Uhr den Valumaten mit euch spielen. Spielen in Anführungszeichen. Ich hoffe, ihr seid live dabei. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ab nächster Woche würde es dann auch losgehen mit Mass Effect. Ich möchte Mass Effect, äh, mit euch, äh, zusammen spielen. Aber dazu später mehr. Und ABG-Maker-Tutorials werde ich versuchen, nächste Woche eins aufzunehmen. Ich gebe mein Allerbestes, wirklich. Das, da schwöre ich drauf. Ich gebe mein Bestes, dass ich das schaffe. Aber das schaffe ich. Das wird cool, definitiv. Ein Tutorial werde ich hinkriegen. Habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ähm, was ich natürlich immer Offscreen mache. Das seht ihr natürlich dann nicht. Ähm, könnt ihr auch mal machen. Tutorial-Vorbereitungs-Stream. Wenn ihr darauf Bock habt. Schreibt einfach mal hier in die Kommentare, ob ihr sowas sehen wollen würdet. Und gebt dem Video hier bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr, ähm, euch freut, den Valumaten mit mir zusammen zu machen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Ähm, und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Damit ihr keinen meiner Livestreams verpasst. Gut, tschüsseli, das war's. Danke fürs Zuschauen.